Warte! Halt! Lass uns einräuchern! So schlecht! Was hat sie gesagt? So schlecht! Gute 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 Ey, das ist unfair! Lass ihn doch mal schießen! Nö, du hast noch ein Dopping gemacht! Ey Dani! 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 Johnny, du übertrittst gerade. Ich stehe hinter der Linie. Jetzt mit Vollauto im Vollsturm nach vorne. Fritz, mach mal einen Schuss auf die Flasche. Wieder hochstellen. Halt, aufhören. Auf die linke, nicht auf die rechte. Das war geil, auf die linke Flasche. Lass mal ein Heiche noch schießen. Ja, stimmt. Ein, zehn. Ja, Platz gehen. Links, Bärbel. Ist das mit einer Front passiert? Gibt es doch kein Lauf mehr? Doch. Ich hätte sie so gefeiert, wenn sie getroffen hätte. Der ist noch oben. Glaube ich. Der fehlt noch auf der Schuhe, ja. Der kann nicht raus. Auf mich, auf mich. Nein, nein. Oh, Streifschuss. Ah, Streifse. Ich habe sie so gefeiert. 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 Hey, ich hör auf. Okay, ich mach mit. Ja, ich wollte gerade sagen. Alle hinstellen, durchziehen, durchlassen. Der könnte ungefähr nach da oben ziehen. Okay. Alles klar. Mach mit. Warte mal, der Stüppel für den Tod da umschließen. Schieff! Und hoch! Na ja, drei Schuss hab ich gezählt. Ich krieg die Kugel mal gemacht. Achtung! Auf! Keiner! Leiderlich, ein Praktikschiff. Halt mal fest. Mal gucken, ob's da draußen ist. Ja, genau. Halt noch. Halt noch ab, Kalle. Halt noch ab! Halt noch ab! Halt noch ab! Ich krieg auch alles ab. Ich krieg das doch irgendwann doch noch ab. Hey, den Arm! Ich will nur nicht abgeschossen werden. Ich bin schon weg, ich mach nix. Was ist mit dir? Nein, ich hab nen Warnschuss abgefeuert, ich wusste nicht, wer die sind. Ey, aber Kevin, warte mal. Hey, 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 die sind auch zu zweit, ich mein nur. Die sind zu zweit, die haben sich zusammengeschossen, nicht? Wollten sie ausschließen. Ich mein bloß, schließen wir uns zusammen? Ja, ich kanns net sagen, aber ich weiß natürlich auch nicht, wer du bist. Ja, ich bin unschuldig. Naja, deswegen meine ich ja, die sind ja auch zu zweit. Und den schafft, oder? Das ist volles Programm. Ich sag, lass uns zu dritt losziehen. Die wollten es net. Die haben gesagt, wer pisst die? Da unten war jetzt die Bärbel grade, hab ich jetzt gesehen. Die war jetzt da unten, ja. Die war da bei der Plane hinten. Der traue ich gar nicht. Ne. Die war im ersten Spiel Mörderin. Die kommen näher. Die waren unten im Heli. Die verhalten sich sehr komisch. Ich bin tot. Seid ihr unschuldig? Ja, aber ich bin auch tot. Ja, ihr seid beide draußen. Ich auch. Ich bin auch draußen. Ich bin Mörder gewesen. Ich bin auch tot. Ich war Mörder. Du bist auch tot. Ende! Du bist auch tot. 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 Ich weiß aber nicht, ob du dich da oben getroffen hast. Ich hab... Ja, es ist wurscht. Wer war denn der zweite Mörder? Der Heiko. Ich dachte der Ruhige. Und du warst am Anfang mit dem im Heli, du Kasper. Ja, deswegen hab ich geweint gehabt. Ich hab's dem Kevin so gesagt gehabt. Die verhalten sich da sehr komisch. Ich bring dich um! Ahhhh! Der hat am Anfang gesagt, wenn du mir das Messel in den Rücken rammst, ne? Dann frischst du meinen Gewehrkulben. Einmal! Hä? Was denn oder was? Der Heiko war Mörder und ich war Mörder.